Die Familie hat sich, würde ich mal sagen, in dieser Krise, insbesondere am Anfang, bei dem Lockdown, den es ja gab, ganz besonders als unverzichtbar erwiesen. Eltern waren von einem Tag auf den anderen ja jetzt quasi gezwungen, sich 24 Stunden am Tag um ihre Kinder zu kümmern, oft noch bei gleichzeitiger Berufsausübung, im Homeoffice, zu Hause oder es irgendwie arrangieren müssen, Kinder zu Hause zu haben und gleichzeitig noch seiner Berufstätigkeit auch außerhalb von den eigenen Renten nachgehen zu können. Wie haben das aus Ihrer Sicht Eltern verkraftet oder Familien verkraftet? Was hat das von dem, was Sie so erfahren haben, wie hat das funktioniert oder auch nicht funktioniert? Da gibt es sicher keine einfache Antwort, sondern die Situationen sind vielfältig. Wir haben auf der einen Seite die Familien, die vorher schon sehr dicht an ihren Kindern dran waren und am schulischen Werdegang ihrer Kinder, die das zum Teil als Entschleunigung empfunden haben. Die sagen, es sind so viele Termine weggefallen, diese ganze Fahrerei zum Sport, zur Musik, zu irgendwelchen Geschichten, wo wir selber auch verbandsmäßig, vereinsmäßig aktiv sind und plötzlich waren wir gemeinsam wieder zu Hause und haben Brettspiele gemacht oder sowas. Also wirklich so ganz fast schon kitschig, möchte ich sagen. Und auf der anderen Seite Eltern, die, gerade wenn da noch die einzelne Schule, wo es auch sehr große Unterschiede gab von recht gut reagierend engagierten Lehrern oder auch eben bis zum Gegenteil, wenn da nichts kam, wenn da wenig Unterstützung der Schüler erfolgt ist im Sinne von direkten Kontakt, dass die Eltern sich verlassen gefühlt haben und sagten, es ging gar nicht, mein 13-, 14-jähriger Sohn hat sich von mir natürlich überhaupt nichts sagen lassen. Er hat nur gechillt, er hat nur irgendwo vor dem Rechner gehängt mit seinen Spielen und nicht mit seinen Schulsachen, die er hätte machen sollen und ich habe mich sehr alleine gefühlt. Genau hier kam eben die ganze Bandbreite der Gesellschaft zum Tragen von Familien, die auf ihre Ressourcen zurückgreifen konnten, die sie vorher gepflegt hatten und wo vielleicht auch eben das, was man so landläufig intakte Familien entfanden war und Familien in schwierigen Situationen, Alleinerziehende oder wo auch entsprechend Konflikte in den Familien vorhanden sind, die sich dadurch verschärft haben. Ich persönlich kann aus meiner Erfahrung sehen, dass dieses Homeschooling, zuerst mal war es Chaos, es war eine Woche lang Chaos, bis sich es eingespielt hat und dann haben wir die Qualitäten entdeckt, was da möglich ist und dass es sehr effektiv war. Es war sehr effektiv, man hat in kürzerer Zeit Dinge bewältigt, wo ein ganzer Schultag bis in den Nachmittag hinein oft nötig war und diese Erfahrung, die uns ja bisher als deutsche Familien verboten war, das Homeschooling, haben wir dann entdeckt als Riesenqualität. Also es ist eine Möglichkeit, die uns ja in Deutschland tatsächlich bis jetzt immer noch auch gesetzlich verboten ist, Homeschooling zu machen. Ich glaube, in Deutschland und in der Türkei ist es verboten. Und Nordkorea. Und? Nordkorea. Da habe ich jetzt nicht daran gedacht, aber das ist ziemlich nahegeben natürlich, dass es auch dort verboten ist. Und da ist mir jetzt als Mutter ganz konkret bewusst geworden, warum ist das eigentlich verboten? Wir haben, ich habe eigentlich viel mehr mitbekommen, was können die Kinder, wie können wir es organisieren? Es war ein sehr entspannter Alltag dadurch, auch mit kleinen Konflikten natürlich, aber die haben wir hingekriegt. Und das Interessante ist, dass dann immer mehr Eltern, auch aus dem Bekanntenkreis, sich auch dahingehend geäußert haben und gesagt haben, warum dürfen wir das nicht machen? Es muss ja kein Zwang sein, also wir waren jetzt gezwungen dazu, aber in Zukunft wäre es doch eine Möglichkeit, das familiär so zu organisieren. Und jetzt entwickeln sich auch immer mehr Initiativen in der Richtung. Warum machen wir es nicht? Warum versuchen wir es nicht? Wir sind jetzt auf uns zurückgeworfen gewesen und haben aber, viele haben auch immer mehr entdeckt, dass auch die Schule in vielem versagt. Also die Schule ist nicht das Allheilmittel. Es kann eine gute Schule ganz wunderbar sein, aber es kann auch Homeschooling funktionieren. Und das haben wir jetzt entdeckt. Und das ist eigentlich eine große Chance, dass wir dieses Verbot, das ich eigentlich nicht mehr einsehen kann, weil jetzt wurden wir ja gezwungen, das zu machen, was eigentlich verboten war. Dieses Verbot könnte ja aufgehoben werden, um eine Alternative zu bieten, Eltern, die das wagen wollen. Das würde mich nochmal interessieren. Entschuldigung, kommt da. Das würde mich sehr interessieren. Genau, Frau Dr. Bissner, ihr Verband hat ja, glaube ich, da gibt es eine unterschiedliche Haltung zum Homeschooling. Richtig, also unsere Bundesvorsitzende, Frau Kastner, hat sich ja jetzt auch in der Pressemeldung dagegen ausgesprochen. Ich denke, wir müssen auch definieren, wovon sprechen werden. Das, was wir jetzt während dieser Schulschließungsphase hatten, war ja in dem Sinne kein Homeschooling. Das Stoff war vorgegeben, es gab Aufgaben und entsprechende Rahmenbedingungen, die die Schulen gegeben haben und Durch- und Ausführung oblag den Eltern, beziehungsweise eigentlich den Schülern, aber dann oft genug halt doch mit entsprechender Unterstützung natürlich durch die Eltern, je nach Altersglassen der Kinder. Und das Homeschooling, wie es jetzt von den entsprechenden Verbänden ja gewünscht oder zumindest auch als Möglichkeit gesehen wird, wäre ja dann, dass die Inhalte des Lernens von den Eltern selber für ihre Kinder ausgewählt werden. Es war kein Homeschooling, da bin ich auch ganz bei Ihnen. Homeschooling ist was vollkommen anderes. Es war Fernschulen, Punkt. Und wir Eltern waren halt die Aufpasser unserer Kinder und ich glaube, jeder Vater oder Mutter hier, die Kinder hat, Teenie-Kinder hat, vor allem weiß, was es bedeutet, wenn man neben meinem Kind sitzt und sagt, hast du eigentlich deine Hausaufgaben schon fertig? Am ersten Tag klappt das wahrscheinlich ganz gut, aber nach zwei Wochen ist man bisher nicht. Ich war total überrascht, wie viele Eltern und Mütter sagen, mein Kind war bei der Logopäde, mein Kind konnte Mathe nicht gut, vorher. Aber nach drei Wochen Lockdown, ich habe mich hingesetzt, ich habe Spaß. Ja, es hat Spaß gehabt, mit meinem Kind zu lernen. Eine Mutter sagte, ich kenne mein Kind zum ersten Mal. Ich habe Gespräche geführt, wirklich vier Augengespräche mit meinen Kindern. Und eine Mutter schrieb, ich bin voll berufstätig und zum ersten Mal in meinem Leben, Mutter von drei Kindern, frage ich mich, ob das so ganz richtig ist. Familie würde stärken, wenn sie mehr Zeit miteinander verbringen können. Das ist für mich eine klare Erkenntnis aus so einer Befragung oder aus solchen Erfahrungen. Es wird so viel Geld da investiert, an Kita, Schulen, Bild- und Digitalisierung. Und die Eltern verlieren, ich würde das wirklich so nennen, so ein bisschen das V-Gefühl. Das tut mein Kind gut. Viele Eltern, viele Mütter, das weiß ich ja auch. Ich kenne viele Fälle, die sagen, eigentlich will ich mein Kind nicht zu Kitter schicken. Mein Kind geht es erst mal gut mit mir, aber wie soll ich das tun? Ich bin alleine vormittags. Mein Kind spielt mit Kartenberg. Also es ist, das ist wirklich ein System, wo wir alle stecken auf einmal. Und ich merke sehr stark, dass diese Corona-Zeit uns Eltern wahr gemacht hat. Das Homeschooling finde ich eben auch ganz eigenartig, dass es eben in der ganzen Welt erlaubt ist. Nur bei uns nicht. Ich finde es interessant als Alternative. Es hat Gründe, was im dritten Reichen macht. Es hat natürlich politische Gründe, geschichtliche Gründe. Aber in anderen Ländern, weil Sie ja gesagt haben, es gibt ja keine, man müsste sich ja alles selbst zusammen suchen. In anderen Ländern gibt es Anbieter, wo man eben auch dann das Material bekommt. Man kann als Eltern auch aussuchen, welchen Anbieter finde ich jetzt gut. Also man ist nicht total auf sich gestellt. Und es ist auch eine jährliche Qualitätskontrolle da, wo dann geschaut wird, ist das Kind auch wirklich so weit. Also ich finde das als Alternative gut. Und gerade im Hinblick auf, es geht ja immer um den zweiten Lockdown und was füllt denn noch alles ein und könnte das und das. Dass man auch unabhängiger wird von diesem staatlichen System. Was ich wichtig finde, ist ja die Qualitätskontrolle. Das ist ganz klar. Also ich denke, wir haben in Deutschland einen großen Konsens über weite Bereiche, auch aus dem politischen Spektrum. Dass wir die persönliche Entscheidungsfreiheit der jungen Erwachsenen, der jungen Familien an eine sehr hohe Stelle, vielleicht an die oberste Stelle stellen. Also dass wir nicht sagen, wir wollen euch da und da haben, ihr habt das gefälligst zu tun. Sondern für mich würde es vorteilhaft, oder das, was ich auch wirklich tragen kann, ist, dass ich sage, bitte der Staat, die Gesellschaft, die Steuergesetzgebung, sollte die Rahmenbedingungen setzen, damit die jungen Leute das, was sie sich vorstellen, durchführen können. Und dann kann man natürlich auch ermutigen zu sagen, es ist schön, mehrere Kinder zu haben und es ist schön, die also auch nicht ganz in Fremderziehung abzugeben, sondern sich selber zu kümmern. Ich hoffe dann immer noch, das merken die dann, wenn es unterwegs ist, dass es einfach schön ist, auch miteinander, wenn die Möglichkeit da sind. Das heißt, es müsste natürlich der Steuergesetzgebung, ähnlich wie Frankreich macht, eine deutliche Entlastung geben, dass also nicht nur das Existenzminimum der Kindersteuer freigestellt ist, wie es jetzt ja eigentlich im deutschen Recht vorgesetzt ist, aber wohl immer noch nicht umgesetzt ist. Es ist die Frage, wie weit man die Erziehungsleistung der Eltern viel stärker in der Kranken- und Rentenversicherung anerkennt, dafür, dass eben hier Steuerzahler der nächsten Generation Rentenversicherungszahler nicht nur zur Welt gebracht, sondern auch eben erzogen werden. Und das geht eben nicht nur in Quality Time Abends. Wenn sie sich entscheiden, selbst zu betreuen in den ersten Lebensjahren, müssen sie das auch selbst finanzieren, während wenn sie ihr Kind eben in die Krippe geben, dann wird es eben staatlich im Grunde finanziert. Also um es jetzt mal ganz grob zu sagen, ja, also natürlich nicht hundertprozentig in jeder Hinsicht, aber der Unterschied ist so eklatant, dass man wirklich sagen kann, wir haben diese Wahlfreiheit nicht. Und das wird auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, denke ich mal, kann man, glaube ich, zusammen, glaube, da ist niemand anderer Meinung, wo, wenn das geschaffen würde, hätten wir einen Riesenschub für die Familien, weil die dann gleich in den ersten Lebensjahren, die so prägend sind und die so wichtig sind, wirklich auch für die ganze Persönlichkeit und Bindungssituation der Kinder, dass, wenn das gefördert würde, dadurch, dass Eltern einfach diese finanzielle Wahlfreiheit bekämen, ihr Kind eben auch ganz oder teilweise zu Hause zu betreuen, dann würde es sicherlich einen großen Schub geben. Und aufprägen für die jungen Eltern, das wirklich zu erleben, wie die Kinder, was sie auch geschildert haben, wie geht es dem Kind eigentlich und wie entwickelt sich das. Ich glaube, wir unterschätzen sehr oft die Macht, die wir haben als Eltern. Und das habe ich jetzt wirklich deutlich zum ersten Mal jetzt erlebt mit dem Thema Maßgebächt. Ich war selber hin und her gerissen, weil wir hatten Gespräche im Ministerium gehabt mit der Ministerin und sie sagte, ich bin da total gebunden, wir Kinder müssen die Maske tragen, weil die Klassen so voll sind und das wäre einfach nicht richtig, wenn da so viele Kinder in einem Raum keine Belüftung ohne Maske sitzen. Und auf einmal, als das bekannt worden ist, da habe ich so viele Elternmeldungen, wirklich, die haben, ich war hin und her gerissen. Aber es war so ein Druck nach dem Motto, Frau Heck, machen Sie jetzt was, schreiben Sie doch. Das hat mich auch gemutigt, dass ich da nicht alleine war, wie sehr oft, wenn man über bestimmte Themen spricht, dass ich, ja, dass ich dachte, okay, wir starten das. Also, da haben sich die Eltern, ich habe erst mal gesagt, man muss sich dann in den Klassen mit den Fläscher-Vorsitzenden in Kontakt setzen, andere Eltern motivieren und anfangen, Briefe, also an Medien, alle Zeitungen, Schulen und loslassen. Und so war es. Es war so ein Druck von der gesamten Elternschaft und ich habe irgendwie versucht, das zu organisieren irgendwo, dass die Regierung gesehen hat, das geht nicht. Und die Gründe waren auch logisch. Also, die Maske ist gut, wenn die Kinder in den Fluren sind und das versteht man. Aber wenn ein Kind in der Klasse sitzt, alleine, ja, über Stunden, acht Stunden die Maske, das macht auch nicht so viel Sinn. Also, das ist für die Kinder auch sehr schwer, auf Dauer und für die Lehrer sowieso. Da hatten wir auch Rückmeldungen von Lehrern, die gesagt haben, das geht nicht. Also, da war irgendwie dann schon dieser Druck von der Elternschaft, diesmal zum ersten Mal, dass das Ministerium gesagt hat, okay, es ist jetzt, die Kinder müssen das nicht am Platz tragen, die dürfen. Jetzt ist der zweite Teil unseres Kampfes, in Anführungsstrichen, weil viele Schulen wollen das weitermachen und die Eltern sind nicht zufrieden damit. Aber gut, es ist erreicht. Und das war für mich erstmal ganz positiv zu sehen, dass wir Eltern echt so viel Macht haben. Macht haben. Ja, dass wir uns das nicht bewusst sind, weil wir so beschäftigt sind. Und im Thema Geld, das ist genauso, wenn wir jetzt sagen würden, die Mutterrente, ja, was da passiert mit den Kinderfreibeträgen. Weil alle Themen, wenn wir uns zusammentun würden mit Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, da würde so viel passieren. Aber die Medien und was man so liest, man kriegt ein anderes Bild von Familie. Man denkt, naja, wir sind ja nicht so in der Mehrheit. Das stimmt alles nicht. Und deshalb ist tatsächlich mein Appell auch heute, dass man sich da zusammentut. Es gibt ja Organisationen überall. Die Eltern, ich habe früher gesagt, die Eltern haben kein Lobby. Das stimmt auch. Und es sind sehr wenige, die sich engagieren, dass man sich zusammentut. Und einfach zusammentun. Wir wollen alle nur das Beste für unsere Kinder. Es ist jetzt nichts Schlimmes. Also da ist die Ideologie hin und her. Es geht um die Kinder. Es geht auch um die Bildung unserer Kinder. Was ist das Beste für ein Staat, wenn da Bürger sind? Wir wollen da gesunde, gut erzogene, gut gebundene Menschen. Eigentlich, das ist das Beste. Ja, und das sollten wir auch, das ist unsere Verantwortung, das zu tun als Eltern. Unsere allerbeste Waffe ist das natürliche Elternrecht. Und ich war jetzt gestern mit einer Mutter bei einem Schuldirektor. Die Mutter hat mich angerufen und gesagt, ich brauche Hilfe, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe gesagt, ich gehe mit. Kein Problem. Dann bin ich auch gleich Zeugin. Und wir können das miteinander mit dem Schuldirektor besprechen. Und der Sohn ist befreit jetzt. Und zwar wegen dem natürlichen Elternrecht. Sie müssen nur von Ihrer eigenen Situation aus argumentieren. Sie sind die Mutter. Sie kennen Ihr Kind. Sie kennen die gesundheitliche Situation Ihres Kindes. Sie haben das Recht zu sagen, das will ich nicht im Interesse meines Kindes. Ich habe die Pflicht und die Verantwortung, für mein Kind hier einzustehen. Dass das Elternrecht so wesentlich ist. Und wir müssen das mit Zähnen und Klauen verteidigen, gegen diese Versuche, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Weil das bedeutet, dass die Kinderrechte nicht von uns vertreten werden, von uns Eltern, sondern vom Staat. Wer ist denn das? Also wir müssen wirklich diese Elternrechte verteidigen. Und es darf nicht mal das Wort Kinderrechte auftauchen. Das ist ganz wesentlich. Weil wenn das Wort auftaucht, kommen sofort Ansprüche von NGOs oder irgendwelchen Leuten, die dann sagen, wir übernehmen die Verteidigung des Kinderrechts auf Gesundheit. Das bedeutet dann die Impfung. Fakt ist, Kinder sind nicht die Treiber des Infektionsgeschehens. Und das alleine ist ja ein Argument dagegen, dass man sagt, ich mache mit diesen Masken eine starke Einstrengung der Interaktion, was über Mimik geht. Lernen funktioniert nur, wenn ich Beziehung aufbaue, wenn ich Gesicht sehe. Und wenn Elternverbände zum Teil fordern, dass die Lehrer Maske tragen sollen, halte ich das für genauso unterirdisch wie umgekehrt, dass die Kinder mit Masken rumlaufen sollen. Und ob das auf den Gängen und im Schulhof sinnvoll ist, wage ich auch zu bezweifeln. Dass wir es mit einer Grundsituation zu tun haben, wo die Familie angegriffen wird, wie vielleicht noch nie überhaupt in der ganzen Geschichte. Ich bin allerdings schon auch der klaren Auffassung, dass Familien, die sich selbst einfach mal so konstruieren am grünen Tisch, so machen sie den Motto, wir zwei Männer tun sich zusammen und lassen sich per Leihngutterschaft irgendwo ein Kind, organisieren sich ein Kind. Das ist für mich natürlich keine Familie. Also da gibt es schon auch Sachen, wo wir sagen, nein, da wird Familie imitiert. Das ist keine Familie. Mein Appell ist, dass wir selbstbewusster auftreten als Eltern, dass wir uns oft melden, dass wir schreiben, dass wir auch die Politiker ansprechen, weil ich glaube, das war so fast unisono, dass da so viele Wünsche sind, der Ausgleich der Familie in der Gesellschaft und die Unterstützung. Aber man hat ja nichts davon, wenn die Politiker davon nichts hören. Und ich denke, wir sind alle so, so wie mit der Maske, alle tragen es, keiner sagt was. Und viele sagen, die Kinder machen das schon, die gewöhnen sich dran. Und man macht das irgendwie, wenn man vergisst, die Sachen hinterzufragen. Also mein Appell ist, engagieren Sie sich da, da wo Sie herkommen, egal welches Bundesland, da gibt es Elternorganisationen. Und wenn Sie das nicht wollen, dann schreien Sie, machen Sie Leserbriefe, wenn Sie laut. Ich glaube, das stärkt nicht nur die öffentliche Mahlendorfamilie, sondern uns selber in unserem Selbstbewusstsein als Eltern. Frau Knapp-Rissner. Darum kann ich mich fast anschließen. Ich wünsche mir, dass das Positive von Kindern, das war das, was hier auch kam, was für eine Bereicherung von Kindern sind. Und vielleicht das Einzige, was man als normal begabter Mensch schaffen kann, was die eigene Lebensspanne überdauern wird, dass das mehr in der Öffentlichkeit wieder Warnemol empfindet, als erstrebenswert ist. Ja, und ich möchte auch appellieren an das Aktivwerden der Eltern. Und ich möchte auch Mut machen, insofern, dass all die Beratungen, die ich gemacht habe, alle Eltern, die sich gekümmert haben um die Themen ihrer Kinder, die ihre Pflicht wahrgenommen haben, alle waren erfolgreich. Also man muss eben Leserbriefe schreiben, man denkt, ach Gott, das verpufft und das wird nichts. Ganz konkret, eben ganz konkret den Mut fassen und was tun, und zwar mit Hebeln, die wir haben, das natürliche Elternrecht in die direkte Unterhaltung einfließen lassen und dann weiß das Gegenüber nämlich genau, oh oh, die weiß Bescheid oder der weiß Bescheid. Danke sehr. So, also vielen Dank. Vielen Dank.